Zwei Anträge zu dem Antrag zum Mehrbedarf beim Umgang wird nachher noch meine Genossin Huppa sprechen. Ich rede zu der Beschlussempfehlung des Ausschusses für Frauen, Familien, Jugend und Senioren zu unserem Antrag. Dieser Antrag ist ein bunter Strauß von familienpolitischen Maßnahmen. Ein wohlduftender bunter Strauß. Vielen Dank, Herr Vorsitzender des Familienausschusses. Dieser Antrag ist auch schon über ein Jahr alt, denn wir wollten der Bundesregierung auch Gelegenheit geben, doch mal zu zeigen, dass sie das auch umsetzen kann, dass sie unsere Anregungen aufnimmt, wo das es umsetzt. Das hat sie partiell auch getan. Beim Kita-Ausbau, so wie es in dem Antrag steht, ist die Bundesregierung zumindest partiell in die Spur gekommen. Die Kürzungen der Jugendhilfe sind zurückgenommen worden. Insofern hat sich dieser Antrag dahingehend sogar erledigt. Weiter geht es in dem Antrag um Gender Pay Gap, also die Lohnlücken abzubauen. Und Rahmenbedingungen für berufliche Orientierung und Qualifikation von Alleinerziehenden verbessern. Ich weiß, die CDU quatscht wieder, die interessiert es nicht so, aber das wundert mich nicht. Ich komme gleich noch darauf zu. Und das Elterngelden nicht auf Transferleistungen anzurechnen. Und zum Unterhaltsvorschuss noch. Und aufgrund der Kürze der Zeit will ich mich auf ein Thema fokussieren. Nämlich auf das Unterhaltsvorschussgesetz. Das hatten wir letzte Woche schon in den Ausschuss, in den Haushaltsdebatten hier im Haus. Und da ist mir diese Debatte, die hier auch abgelaufen ist, dazu nicht aus dem Kopf gegangen. Das ging mir immer wieder durch den Kopf, was dazu gesagt wurde. Und heute auch noch mal. Alle wollen es ändern. Als ich vor elf Jahren frisch vom Familiengericht als Familienrichter hier im Bundestag kam, war das mein allererster Antrag, das Unterhaltsvorschussgesetz zu ändern. Eine Altersgrenze auf 18 rauf und in Fristen. Seit elf Jahren wird es permanent abgelehnt. Die Grünen wollen es. Die CDU will es. Letzte Woche hat Herr Weinberg gesagt, schon lange, lange Programm bei der CDU. Frau Pahlmann, heute Mittag von der CDU, hat gesagt, das haben wir in den letzten acht Monaten vorangetrieben. In den acht Monaten in den letzten vorangetrieben. Die SPD bringt jetzt das Gesetz. Der Koalitionsausschuss hatte sich darauf verständigt und geeinigt. Die Ministerpräsidenten aller Länder haben es einstimmig beschlossen. Ich wollte es noch nicht zahlen, aber das kommt. So, im Rahmen der Neuregelung der Bund-Länder-Finanzausgleichsregelung. Dann bringt Frau Schwesig den Gesetzentwurf dazu. Kann man sagen, okay, das Kindergeld wird immer noch voll angerechnet. Das ist vielleicht ein Mangel, aber das ist auch der einzige Mangel. Den bringt sie ins Kabinett. Und dort wird er auch im Kabinett beschlossen. Dann soll er hier auf die Tagesordnung und dann wird er wieder zurückgenommen. Und warum? Weil die CDU blockt. Die CDU blockt. Kauder sagt, ich bringe den nicht ein, solange die Finanzierung nicht steht. Auf der anderen Seite sagt die CDU, seit acht Monaten haben wir das vorangetrieben. Jetzt steht die Finanzierung nicht. Die Länder sagen, wir haben das Personal nicht. Wer soll es bezahlen? Schäuble zieht sich aus der Verantwortung zurück. Hat zwar 18 Milliarden Überschuss, aber sagt, oh Gottchen, dafür haben wir kein Geld. Vorher sagt er, wir haben Spielraum. Die Länder und Kommunen. Ja, natürlich. Aber wissen Sie, das ist ein Argument, was vor fünf Jahren, blöd, dass ich mich so gut erinnern kann, nicht galt. Da wurde die Zahl der Amtsmündel auf 50 reduziert und es wurde eine Gewährleistung oder eine Garantie der Amtsvormünder eingeführt für das gedeihliche Fortkommen ihrer Mündel. Da habe ich damals gesagt, als das sofort umgesetzt werden sollte, da haben die Jugendämter überhaupt nichts Personal für. Da hieß es, das müssen wir machen. Wir müssen das jetzt machen. Denn wenn wir so ein Gesetz nicht haben, machen die Länder nichts. Und das scheint ja auch so zu sein, wenn das stimmt. Seit acht Monaten ist es vorangetrieben, aber in den Ländern ist nichts passiert. Also brauchen wir dieses Gesetz, damit in den Ländern endlich was passiert. Am 8. Dezember, also in sechs Tagen, ja, in sechs Tagen, ich bin sofort fertig, trifft sich Finanzminister Schäuble wieder mit den Ländern. Und da hoffe ich mal, dass ihr von der CDU ihm einen ordentlichen Schubs gibt, damit er da mal endlich sein Portemonnaie aufmacht und nicht wie Gollum auf seinem Geldberg sitzt. Und dann das finanziert. Im Interesse der betroffenen Kinder. Jörn, wunderlich war das für die Linke ja einen neueren und einen älteren Antrag, hat die Linke hier vorgelegt. Und in der Tat in diesem, der ungefähr vor einem Jahr hier schon mal beraten worden ist. Da geht es auch um die Reform des Unterhaltsvorschusses im Moment ja ganz aktuell, denn bei dieser Reform, da könnte es zumindest zeitlich etwas haken. Und deswegen ist es natürlich auch bei dieser Debatte hier Thema. Gudrun Zollner jetzt für die CDU-CSU-Fraktion. Die Anträge der Fraktion Die Linke vom November 2015 geben mir heute mal die Gelegenheit, dass die Bundesregierung bei der Unterstützung und Entlastung von Alleinerziehenden keineswegs versagt hat, wie Sie in Ihren Anträgen unterstellen. Vielmehr schafft die Regierung im Rahmen einer modernen und zukunftsweisenden Familienpolitik kontinuierlich Bedingungen, um den sorgenden Eltern die nötige Anerkennung zukommen zu lassen und ihnen eine eigenständige Perspektive für eine Lebensgestaltung ihres Lebens zu geben. Wir investieren massiv in unsere Familien. Ich nenne hier nur den Ausbau der Kinderbetreuung unter Dreijährigen, das Programm Kita Plus für erweiterte Öffnungszeiten. Wir haben den Entlastungsbetrag für Alleinerziehende erhöht. Gleiches gilt für den Kinderzuschlag, den wir 2017 nochmals aufgestockt werden. Und so weiter und so weiter. Insgesamt macht der Familienetat im nächsten Jahr 9,5 Milliarden Euro aus und liegt dabei vor den Etats des Bundesinnenministeriums, des Wirtschafts- und Finanzministeriums. Sie sprechen in Ihrem Antrag auch die Vereinbarkeit von Familie und Beruf an. Natürlich haben die Alleinerziehenden besondere Bedürfnisse. Dabei profitieren alle Familien von der verbesserten Betreuungsinfrastruktur. Und da die Unternehmen sehr wohl wissen, was sie an gut ausgebildeten Frauen haben, bieten sie längst eine flexible Arbeitszeitgestaltung an, was im Übrigen auch den Vätern zugutekommt. Die von ihnen geforderte Teilzeitausbildung gibt es längst. Und die bestehende Lohnlücke wird dort als Entgeltgleichheitsgesetz auch geschlossen, wenn Familienministerin Schwesig dazu ihren Gesetzeswurf vorlegt. Am Anfang dieser Wahlperiode wurde der gesetzliche Mindestlohn eingeführt. Auch das eine Verbesserung für Alleinerziehende. Und Ihre Forderung, ich zitiere, auf eine unverzügliche Erhöhung des gesetzlichen Mindestlohns auf 10 Euro, sollten Sie aber doch besser in einem anderen Antrag stellen. Sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen, da ich bei jeder Familiendebatte hören muss, dass angeblich die Union den Unterhaltsvorschuss blockiert, möchte ich hier schon einmal klarstellen. Im Juli 2016 haben wir Familienpolitiker der CDU, CSU uns schriftlich an den Bundesfinanzminister gewandt, um die Erhöhung des Bezugsalters von 12 auf 18 Jahren sowie den Wegfall der Bezugsdauer von 72 Monaten voranzutreiben. Ich benutze jetzt auch dieses Wort. Danach hat auch das Familienministerium unsere Forderung unterstützt. Keine andere Maßnahme kommt den Alleinerziehenden so zugute wie diese. Sehr geehrte Damen und Herren, es ist mir aber völlig unverständlich und auch nicht hinnehmbar, dass sich 50 Prozent aller Unterhaltspflichtigen dieser finanziellen Unterstützung ihrer Kinder entziehen und gar nichts bezahlen und weitere 25 Prozent nur unregelmäßig und nicht in voller Höhe. Das müssen wir ändern und das werden wir ändern. Dazu gibt es einen Kabinettsbeschluss und bei der Konferenz der Regierungschefs von Bund und Ländern im Oktober dieses Jahres wurde bei der Neuregelung des bundesstaatlichen Finanzausgleichssystems das auch so beschlossen. Aber eines muss uns auch klar sein. Wir können nicht im Dezember ein Gesetz verabschieden, das bereits im Januar umgesetzt werden soll. Damit würden wir die Kommunen administrativ überfordern. Denn wir von der Union nehmen die Anliegen der Kommunen ernst. Diese müssten erheblich mehr Personal einstellen, um die steigenden Anzahlen an Anträgen bearbeiten zu können. Meine Kollegin Christina Schwarzer hat vergangene Woche an dieser Stelle die Zahlen ihrer Kommune Neukölln vorgerechnet, wonach sich die Mitarbeiterzahl verdoppeln würde. Verdoppeln und erhöhen sollten die Länder auch die Rückholquoten. Bayern liegt mit 36 Prozent weit an der Spitze, wogegen zum Beispiel Bremen dauerhaft mit nur 11 Prozent das Schlusslicht bildet. Dabei bleibt aber immer noch das Hauptproblem. Sie wissen so gut wie ich, dass der Bund nicht alleine in Vorleistung geht. Der Bund zahlt nur ein Drittel der Kosten, die Länder zwei Drittel. Und eben bei den Ländern regt sich Unmut über die Finanzierung. Und Familienministerin Schwesig konnte hier leider noch keine Einigung erzielen. Deshalb würde ich Sie, werte Kolleginnen und Kollegen, darum bitten, auch einmal mit Ihren Vertretern im Bundesrat ein Wörtchen zu reden. An elf Bundesländern sind die Grünen beteiligt, sie von der Fraktion Die Linken an drei. Beide Parteien mit je einem Ministerpräsidenten. Warum stellen Sie Ihre Forderungen nicht einmal nachdrücklich an Ihre Landesvertreter? Denn noch einmal, nicht die CDU und CSU blockiert her, sondern die Verantwortlichen der anderen Parteien. Beschließen und ankündigen, alleine reicht nicht. Man muss schon dafür sorgen, dass die Umsetzung und die Finanzierung auch gesichert ist. Das ist mein Verständnis von verantwortungsvoller Politik. Deshalb ist es vernünftig, wenn das Gesetz zur Ausweitung des Unterhaltsvorschusses zum 1.4. oder 1.7. mit Rückwirkung zum 1.1. beschlossen wird. Sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen der Opposition, für vieles, was von Ihnen gefordert wird, ist der Bund nicht zuständig. Dort, wo Sie in Verantwortung sind, hindert Sie niemand daran, Ihre Forderungen auch umzusetzen. Deshalb lehnen wir auch, wie in der Beschlussempfehlung, Ihren Antrag ab. Sie schreiben immer wieder Anträge, ohne mit einem einzigen Wort die Finanzierung zu erläutern. Im Gegensatz dazu bringen wir Unionspolitiker Gesetze ein, die dann auch umgesetzt werden und, wichtig, auch finanzierbar sind. Wir reden nicht nur, wir handeln. Und weil wir Familienpolitiker der CSU nicht nur an die Alleinerziehenden von heute denken, sondern auch an die, die vor 19.92 Kinder zur Welt gebracht haben, fordern wir die Gleichstellung aller Mütter bei der Rente. Sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen, was alleinerziehende Mütter und Väter im Alltag an Herausforderungen bewältigen, um neben allem anderen für ihre Kinder da zu sein und sie bestmöglich zu unterstützen, weiß ich aus eigener Erfahrung. Deshalb sehe ich es auch als meinen größten Arbeitsauftrag hier im Deutschen Bundestag, so viel als möglich für diese Einelternfamilien zu erreichen. Und seien Sie versichert, dafür werde ich mich auch künftig voll und ganz einsetzen. Ich möchte Ihnen noch allen einen gesegneten zweiten Advent wünschen und bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit. Bundesweit beziehen 440.000 Eltern Unterhaltsvorschuss. 90 Prozent davon sind alleinerziehende Mütter. Würde die Reform des Unterhaltsvorschusses jetzt so kommen, wird damit gerechnet, dass 260.000 Kinder zusätzlich profitieren würden von dieser Ausweitung. Franziska Brandner, jetzt die Nächste hier in der Aussprache von den Grünen. Alleinerziehenden sind die am schnellsten wachsende Familienform, aber leider auch die ärmste. Viele Alleinerziehende rutschen in die Armut, da drei Viertel von Ihnen keinen oder keinen ausreichenden Kindesunterhalt vom anderen Elternteil bekommen. Hier springt der Staat mit dem Unterhaltsvorschuss ein. Wir haben es heute gehört, nur maximal bis jetzt für sechs Jahre und nur bis zum zwölften Lebensjahr des Kindes. Diese Absurdität wurde zum Glück mittlerweile von allen erkannt. Und seit dem Sommer haben wir seitdem hier ein Zickzack hin und her. Erst wurde von der Ministerin verkündet, es wird auf 14 angehoben, ein paar Wochen später auf 16. Dann mischte sich Herr Gabriel ein, sagte auf 18. Dann sagte Frau Schwesig doch auch auf 18. Und irgendwann kündigte übrigens Frau Schwesig noch an, man würde jetzt auch den säumigen Vätern den Führerschein entziehen. Das war Teil dieser ganzen Debatte. Dann kam das Versprechen, ab dem 1. Januar 2017 fallen alle Beschränkungen. Dann kam das ins Kabinett, wir haben es gehört, aber ohne eine finanzielle Einigung dazu mit den Ländern. Das, sehr geehrte Damen und Herren, nennt man klassischerweise einen ungedeckten Scheck. Das ist ein leeres Versprechen, wenn das Geld dafür nicht gesichert ist. Und jetzt haben wir die Situation, dass sich CDU und SPD gegenseitig den Schwarzen Peter hin und her schieben. Und Frau Schwesig einfach sagt, es sind die Länder, machen Teile von Ihnen auch. Er war es, er war es, sie war es, sie war es. Das ist doch kein konstruktives Politikmachen und Regieren, sondern ein verantwortungsloses Handeln auf dem Rücken der Alleinerziehenden, liebe Damen und Herren. Und es bleibt festzuhalten, Frau Schwesig hat so spät agiert, ja, und hat zweifelhafte Zahlen für die Länder vorgelegt, dass die auf jeden Fall gesagt haben, die stimmen nicht. Es wurde in Vereinbarung nicht genug schriftlich festgehalten. Und jetzt haben wir das Chaos. Wir wollen keine Engel der Alleinerziehenden, sondern gutes Regieren. Das können wir von Ihnen erwarten. Das haben wir in diesem Fall leider nicht gesehen. Und jetzt gibt es in diesem Chaos weitere Vorschläge aus den Ländern. Zum Beispiel Einsparungen durch die Abschaffung der Vorrangigkeit des Unterhaltsvorschusses. Das ist die aktuelle Debatte, dass man sagt, wir sparen das Geld bei Kommunen und Ländern, indem der Bund das alles einfach aus dem SGB II zahlt. Unserer Meinung nach ist das ein falsches Signal. Den Unterhaltsvorschuss bekommen Alleinerziehende nämlich nicht, weil sie arm sind, sondern weil der andere Elternteil sich nicht an der Existenzsicherung des Kindes beteiligt. Und das ist ein großer Unterschied. Und den sollten wir auch weiterhin festhalten. Außerdem, wer prüft denn dann wirklich, ob es mit dem Unterhaltsvorschuss nicht reicht, aus dem SGB II-Bezug rauszukommen? Das muss doch unser Ziel sein. Dafür braucht es diese Prüfungen. Und wenn wir über die Rückholquote sprechen, wir haben alle Wissen, es gibt da falsche Anreize. Die Kommunen machen sozusagen die Arbeit vor Ort, müssen dafür Gelder zur Verfügung stellen und haben eigentlich nichts davon. Jedes Jugendamt sagt dann, gehe ich lieber direkt in die Arbeit mit den Kindern und Jugendlichen. Vor Ort nachvollziehbar. Wenn wir jetzt noch sagen, es kommt eh aus dem SGB II-Topf. Ja, welche Kommune wird denn dann noch in die Rückholung investieren? Keine Kommune. Und das Signal an die Elternteile, die nicht zahlen wären, macht euch keine Sorgen, liebe Damen und Herren, ja, ihr braucht nichts zu zahlen. Der Staat zahlt schon. SGB II ist da. Das ist unserer Meinung nach ein komplett falsches Signal. Es gibt Vorschläge zu sagen, statt zwei Drittel, ein Drittel machen wir 50-50. Solche Vorschläge halten wir für besser. Wir sind ja auch in Verhandlungen mit unseren Bundesländern. Ich glaube, das geht uns alle an. Das ist kein Appell jetzt an eine Partei, sondern an uns alle. Wir müssen dafür kämpfen, dass es nicht einfach in den SGB II abgeschoben wird, sondern eine eigenständige Leistung bleibt. Dafür sollten wir gemeinsam kämpfen. Das fände ich ein gutes Ziel. Wir haben noch einen Punkt, den ich ansprechen möchte, zum Umgangsmehrbedarf. Wir hatten ja dieses Jahr schon viele Debatten dazu. Was bedeutet es, wenn Eltern getrennt leben und vielleicht sogar noch beide Eltern sein wollen und es auch leben wollen und ihre Zeit auch gemeinsam mit den Kindern verbringen? Wie geht der Staat damit um? Gibt es dafür eher Anreize oder wird es sogar noch bestraft, indem zum Beispiel Sozialgeld dann aufgeteilt wird? Wir waren uns hier eigentlich alle einig, es soll nicht bestraft werden. Es gab sogar eine Zeit hier im Haus, ich erinnere mich an die Debatten, wo wir gesagt haben, das soll sogar noch belohnt werden. Das ist ja eigentlich im Sinne des Kindes. Dann hat die SPD richtigerweise den Vorsteig auch weiter vorangebracht zum Umgangsmehrbedarf. Jetzt hören wir, an 60 Millionen scheitert es. Das kann doch nicht wirklich sein. Das muss doch möglich sein, dass wir hier die richtigen Anreize setzen, dass Eltern gemeinsam sich um ihre Kinder kümmern. Diese 60 Millionen, die müssen drin sein. Ich fände es sehr wichtig, wenn wir hier gemeinsam dieses Signal senden an Herrn Schäuble. 60 Millionen für gute Familien, die zusammen ihre Kinder erziehen. Das muss möglich sein. Existenzsicherung geht vor. Ich danke Ihnen. Frau Franziska Brandner war das für die Fraktion Bündnis 90 Die Grünen, die Kinder- und Familienpolitische Sprecherin. Nun hören wir Gabriele Hiller-Ohm für die Sozialdemokraten. Frau Präsidentin! Meine sehr verehrten Damen und Herren auf den Zuschauertribünen! Liebe Kolleginnen und Kollegen! Ja, alleinerziehende Eltern müssen entlastet werden, denn sie sind die Heldinnen des Alltags. Ohne Wenn und Aber. Und glauben Sie mir, ich weiß, wovon ich rede. Die Linke fordert in beiden vorliegenden Anträgen weitere Verbesserungen für Alleinerziehende. Ich werde mich auf den Antrag zum Umgangsmehrbedarf beschränken. Es ist gut, liebe Kolleginnen und Kollegen der Linken, dass Sie sich mit diesem Thema befassen. Und es ist richtig, dass wir hier im Bundestagsplenum darüber debattieren. Und es ist ganz wichtig, dass wir uns für Alleinerziehende und deren Kinder stark machen. Denn Sie sind immer noch in Ihren Lebenschancen stark benachteiligt. Das, liebe Kolleginnen und Kollegen, müssen wir ändern. Wir wollen eine Gesellschaft, in der Eltern, Mütter, Väter und Kinder gut leben können. Und Sozialdemokratinnen und Sozialdemokraten ist es ganz wichtig, dass sich Eltern ihre Verantwortung für ihre Kinder teilen. Egal, ob sie als Paar oder getrennt leben. Das muss für alle möglich sein. Und das muss dann natürlich auch für Eltern gelten, die Sozialleistungen erhalten. Also auch für arme Eltern. Alleinerziehende Eltern müssen finanziell so ausgestattet sein, dass sie die Kinder bei beiden Eltern leben und bei ihnen zu Besuch sein können. Das ist ganz wichtig, dass das für die Kinder möglich ist. Ich finde, das ist eine Selbstverständlichkeit. Und das darf am Geld nicht scheitern. Liebe Kolleginnen und Kollegen, der Antrag der Linken geht genau in die richtige Richtung. Auch wir Sozialdemokratinnen und Sozialdemokraten wünschen uns einen finanziellen Ausgleich für den Mehrbedarf der bei alleinerziehenden Eltern, die Hartz IV beziehen, durch die wechselseitige Betreuung der Kinder anfällt. Heute ist es so, dass die Sozialleistungen für die Kinder genau abgerechnet werden und dann dem Elternteil zugeschlagen werden, bei dem sich das Kind gerade aufhält. Wenn das Kind also normalerweise bei der Mutter lebt und nur am Wochenende beim Vater ist, wird der Mutter das Geld für die Wochenendtage vom Hartz IV abgezogen. Das ist eine wirklich schlechte Lösung, denn die Mutter hat ja auch weiterhin Kosten für das Kind, auch wenn das Kind beim Vater zu Besuch ist. Diese Regelung, liebe Kolleginnen und Kollegen, ist ungerecht und verhindert oft sogar den Kontakt der Kinder zu beiden Elternteilen. Das finden wir schlecht. Hier brauchen wir also eine Lösung, die gut für die Eltern und gut für die Kinder ist. Eine Lösung, die obendrein den Amtsschimmel entlastet, den die derzeitige bürokratische Last der Tage- und stundenweisen Abrechnungen schon jetzt fast zusammenbrechen lässt. Liebe Kolleginnen und Kollegen, leider haben wir bei dieser wichtigen Forderung unseren Koalitionspartner, ich will mal sagen, noch nicht auf unserer Seite. Das ist wirklich schade, denn hier könnten wir gemeinsam mehr Gerechtigkeit für Menschen schaffen, die ganz dringend auf unsere Unterstützung angewiesen sind. Wir werden aber nicht lockerlassen. Wir werden aber nicht lockerlassen. Und vielleicht gelingt es uns ja auch, dass wir in diesem Punkt noch etwas auf die Beine stellen. Dass dies nicht unmöglich ist, zeigen die letzten drei gemeinsamen Regierungsjahre. Mit der CDU und CSU haben wir als treibende Kraft ja viel auf die Beine gestellt. So haben wir erreicht, dass berufstätige, alleinerziehende Eltern steuerlich deutlich entlastet werden. Wir haben durchgesetzt, dass der Kinderzuschlag von Alleinerziehenden um 20 Euro auf 160 Euro angehoben wurde. Und so auch viele Mütter aus Hartz IV rauskommen. Wir investieren weiter in den Ausbau von Kitas. Mit dem Bundesprogramm Kita Plus haben wir ein Förderprogramm entwickelt, mit dem Kitas mehr Öffnungszeiten in den Morgen- und Abendstunden sowie an den Wochenenden anbieten können. Und, liebe Kolleginnen und Kollegen, ich muss sagen, ich wäre froh gewesen, wenn es das schon vor 20 Jahren gegeben hätte. Denn ich bin selber alleinerziehende Mutter. Und das war wirklich ein Spagat zwischen Kinderbetreuung, guter Kinderbetreuung und Berufstätigkeit, das mit den damaligen Öffnungszeiten der Kindertagesstätten zu vereinbaren. Darum ist dringend Handlungsbedarf. Und ich finde gut, dass wir dieses Programm jetzt hier auf den Weg gebracht haben. Ja, und denken Sie nur an die alleinerziehende Kellnerin zum Beispiel. Sie ist auf veränderte Öffnungszeiten angewiesen, um überhaupt berufstätig sein zu können. Also müssen wir hier auch flexible Möglichkeiten schaffen. Mit dem geplanten Unterhaltsvorschussgesetz wollen wir eine weitere wichtige Verbesserung für alleinerziehende durchsetzen. Und ich hoffe, dass uns das gelingen wird. Und ganz wichtig ist uns auch, dass wir in dieser Regierungszeit noch hinbekommen, dass Eltern bessere Möglichkeiten und Rechte haben, wenn sie Teilzeit oder Vollzeit arbeiten wollen. Dafür wollen wir einen Rechtsanspruch auf befristete Teilzeit schaffen, die ein Rückkehrrecht in Vollzeit für, beziehungsweise in die alte Arbeitszeit für die Frauen beinhaltet. Und ein großer Erfolg wäre es auch, wenn wir endlich auch ein Lohngerechtigkeitsgesetz auf den Weg bringen, um endlich auch diese Ungerechtigkeit zwischen Männer- und Frauenlöhnen zu beseitigen, die Lohnlücke zu schaffen. Wir haben es im Koalitionsvertrag vereinbart. Ich hoffe, wir kriegen das noch auf die Beine. Das wäre wirklich prima. Meine Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen, Sie sehen, wir haben viel auf den Weg gebracht. Das ist gut. Aber Sie sehen eben so, dass wir noch viel, viel Handlungsbedarf haben. Deshalb müssen wir hier weiter arbeiten an diesem Thema, um eben die Benachteiligung von vor allen Dingen alleinerziehenden Müttern, um diese Benachteiligung in unserem Land endlich zu beseitigen. Gabriele Hiller-Ohm war das für die Sozialdemokraten. Nun, ihr folgt jetzt Jutta Eckenbach für die CDU-CSU-Fraktion. Das Wort hat die Kollegin Jutta Eckenbach für die CDU-CSU-Fraktion. Frau Präsidentin! Meine Damen und Herren! Alleinerziehend in Deutschland zu sein, ist nicht gleichzusetzen mit einem prekären Schicksal am wirtschaftlichen Ende der Gesellschaft. Es ist zwar richtig, dass Alleinerziehende bestimmte Ausgaben im Zusammenhang mit den Versorgungen eines oder mehrerer Kinder allein zu tragen haben. Das liegt nun mal in der Natur der Sache. Aber sich nur darauf zu beschäftigen, dass es nur Alleinerziehende gibt, die im SGB II sind. Ich bin sehr froh, dass wir einen hohen Anteil von Alleinerziehenden haben, die in Vollzeit, Teilzeit und aus der Sozialhilfe heraus ihren Lebensunterhalt erwerben können. Auch an die sollten wir letztendlich mal denken. Denn für Alleinerziehende im Leistungsbezug nach dem SGB II erfolgt dies im Wesentlichen an Förderungen an drei Stellen. Das ist gerade schon mal genannt worden. Wir haben einen grundsätzlichen Mehrbedarf. Im Rahmen der sogenannten temporären Bedarfsgemeinschaften werden sie entlastet und gegebenenfalls bei der Ermittlung der angemessenen Kosten von Unterkunft und Heizung. Letztendlich bedeutet das, dass 50 Prozent mehr Alleinerziehende im SGB II bekommen. Wir fördern sie also doch heute schon. Insofern verstehe ich hier nicht vieles, was gesagt worden ist, als würden wir dieses nicht auch in dieser Legislaturperiode letztendlich nicht erledigen. Wir haben hier schon einen guten Ansatz, den wir darüber auch bezahlen können. Nur eins ist auch noch fragwürdig bei der Diskussion, die wir haben, und da haben wir überhaupt nicht darüber diskutiert. Denn diese 50 Prozent werden dort mehr gezahlt, wo die Eltern getrennt leben. Dort, wo wir einen Familienverbund oder in Lebensgemeinschaften haben, werden diese 50 Prozent an Mehrbedarfskosten nicht finanziert. Also, ich denke, auch darüber sollten wir uns mal Gedanken machen. Auch darüber sollten wir uns Gedanken machen, dass wir hier an der Stelle auch eine Ungleichgewichtung haben. Und ich wäre lieber für ein gemeinsames Leben, als dass wir nur darauf setzen, dass wir eben halt hier Menschen haben, die in ihrem Leben letztendlich auch eine gewisse Mitverantwortung für sich selbst tragen, wenn ihre Lebensplanung nicht funktioniert hat. Das kann nicht alles auf den Staat abgewälzt werden. Auch hier werden wir gut hingucken müssen und werden wir gut sehen müssen, was wir denn alles gemacht haben. Es ist schon mehrfach ausgeführt worden, dass wir, und das von mehreren Rednern heute, dass wir auch für Alleinerziehende im SGB II-Bezug, dass wir hier noch mal den zusätzlichen Anspruch bei den Einrichtungsgegenständen für das Kind bei temporären Aufenthalt geben. Wir machen eine Erstattung der zusätzlichen durch das Umgangsrecht bedingten Fahrtkosten. Wir erstatten von höheren Aufwendungen für Unterkunft und Heizung, wenn das Kind zu Besuch ist, plus anderer Bedarfe, die je nach Besonderheit eines Einzelfalls anfallen. Meine Damen und Herren, wir sollten uns vergegenwärtigen, was der Sinn und Zweck auch des SGB II ist. Zu unterscheiden ist davon der allgemeine Unterhaltsanspruch aus dem Familienrecht heraus. Es kann nicht Aufgabe des Staates sein, ich habe da gerade schon einmal darauf hingewiesen, mit einer zusätzlichen Leistung der Streit der Eltern zu befrieden. Das kann nicht unser Anspruch sein. Gegenwärtig drehen wir uns hier im Kreis. Wenn wir immer nur von der Bedürftigkeitssicht der Eltern ausgehen, mit der Berechnung von Pauschalen, so wie es die Linke fordert, schaffen wir Ungerechtigkeiten gegenüber anderen Bedarfsgemeinschaften mit Kindern. Eine auf den Tag genaue Abrechnung des Regelsatzes für ein Kind führt schon heute zu einem riesigen Verwaltungsaufwand für die Jobcenter vor Ort. Nicht nur die Mehrkosten für die Berechnung sind unverhältnismäßig, auch die Personalbindung innerhalb des Jobcenters ist enorm. Deswegen haben wir bereits zu den Beratungen zum 9. SGB II Änderungsgesetzes einen Vorschlag seitens des BAMS zu einer Vereinfachung der Aufteilung des Kinderregelbedarfs diskutiert. Dabei ging es ganz und gar nicht um eine Verringerung des Regelbedarfes, wie es fälschlicherweise immer in der Öffentlichkeit gesagt worden ist. Es führte schließlich dazu, dass das Bundesministerium einen erneuten Regulierungsvorschlag erarbeiten musste. Dieser Regulierungsvorschlag stellte aber im Ergebnis eine erneute finanzielle Bevorteilung für getrennt lebende Eltern dar. Ergebnis, die bisherige Rechtslage blieb bestehen. Nach meiner persönlichen Ansicht wäre es durchaus wichtig, die Bedarfe für Kinder auch aus deren Sicht zu sehen. Ich denke, das wäre etwas, worüber wir uns wirklich noch einmal unterhalten sollten. Ansätze, wie sich eine veränderte Sicht auswirken kann, zeigen die Regelungen beim Bildungs- und Teilhabepaket. Allerdings bin ich der Meinung, dass wir hier auch noch einmal hingehen müssen und müssen über das Bildungsteilhabepaket letztendlich reden, damit auch das noch verbessert werden kann. Aber es hat den Ansatz, dass ich vom Kind aus denke. Ich denke, das ist ein vernünftiger Ansatz, den wir auch weiter fortführen. Meine Damen und Herren, wie eingangs gesagt, sehe ich auch die Notwendigkeit, Alleinerziehende noch mehr zu entlasten und hierbei nicht nur Alleinerziehende im Leistungsbezug. Wichtig sind für mich vor allem die Väter und Mütter, die morgens allein ihr Kind versorgen, es zur Kita oder zur Schule bringen, dann zur Arbeit hechten, um rechtzeitig fertig zu sein, damit sie wieder fürs Kind da sind, wenn die Kita schließt oder die Schule aus ist. Dabei habe ich noch nicht eingebaut, dass es noch pflegende Angehörige gibt, dass das bisschen Haushalt erledigt werden muss und der eigene Freundeskreis auch aufrechterhalten werden möchte. Schwerpunkt unserer politischen Arbeit wird es weiterhin sein, daher sein, die Vereinbarkeit von Familie und Beruf zu stärken. Ich werde auch nicht müde, immer wieder an die Wirtschaft und an die Unternehmen zu appellieren, dass sie uns dabei unterstützen müssen. Aus meinem eigenen Wahlkreis aus Essen weiß ich, dass die Evonik ganz viel hier macht, dass sie ganz flexibel ist, dass es also auch schon Arbeitgeber gibt, die sich auf diesem Wege bewegen. Aber es wird nicht gehen, dass wir Alleinerziehende nur im SGB II unterstützen, sondern wir müssen sie aus der Sozialhilfe rausbringen. Dazu müssen wir ganz viele Wege finden, dass uns das gelingt. Wir als Parlament sollten diese Ansätze unterstützen. So kann der berufliche Werdegang auch für Alleinerziehende trotz der Fülle an Aufgaben im Privaten ermöglicht werden. Das sollte letztendlich unser Ziel sein und nicht die Spaltung der Gesellschaft, so wie es die Linke mit ihrem Antrag offensichtlich vorhat. Dem können und wollen wir heute nicht zustimmen. Ich darf Ihnen auch eine Minute und 40 schenken von meiner Redezeit einen schönen zweiten Advent wünschen und bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit.